Hallo Leute, wenn ihr zur Messe geht, Essen geholt und Essen ziemlich täucher, Leute, seid euch mal. Ich habe so einen kleinen Bratwurst, der ist ja so klein wie das Brötchen selbst. Für 5 Euro, Leute, 5 Euro kostet das Ding. 5 Euro so kurz und so klein und noch so ein ganz billiges Brötchen. Ich halte einen Messerpreis. Von Linfus ist es nicht so ein Brötchen unterwegs. Und das Brötchen ist total weich, Leute. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich das gekauft habe. Ich spreche mal die Wurst mal rein. Okay, man kann nicht mehr. See you later, Alexander.